Hasli wird einfach aufwärmen! Wut er einfach nicht! Ui! 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 Jo Leute, was geht ab und kommt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar heute werde ich endlich mal wieder nach langer Zeit Hasli pranken. Und zwar, ich weiß nicht, wie ich diesen Titel nennen werde. Und zwar, äh, ich höre mit YouTube auf. Und Leute, ich hab echt keine Ahnung, wie Hasli dabei reagieren würde. Er wird wahrscheinlich sicher so enttäuscht sein. Er wird mich dumm anmachen. Sicher so angepisst sein. Und Leute, warten wir jetzt bis Hasli kommt. Er ist gerade draußen so mit Freundinnen oder keine Ahnung, was er macht. Und Leute, bevor ich noch etwas vergesse zu sagen. Ich und Hasli sind am 9. September auf der YouInflu in Köln. Dort werden doch andere Instagramer, YouTuber, Influencer, alle werden da sein. Und Leute, ich schreibe euch hier die Straße im Video hin, wie ihr dort hinkommt. Ich und Hasli würden uns freuen, wenn jemand aus dem Gegend dort hinkommen würde. Und Leute, warten wir auf Hasli, bis er kommt. Bis gleich! So Leute, ich hab jetzt die und die andere Kamera schon platziert. Wir warten jetzt auf Hasli und let's go! Leute, was ist denn jetzt? Let's go! Timal! 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 кровierde 보四 Timal! 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 Da ist heiß! �är! Nein kalt! Das könnt ihr denn defense Sportszone nicht��고. イ t apply! Also melhor alles im Film loerin zu 2011! Dann lebt Perhaps Cayce! Na dann mit draußen! Ah, dein Mann, ne? Ah, das ist niemand. Ne, Mann. Warum kannst du das los? Schwül doch mal! Weißt du das für den Scheiß? Hobbit. Du bist auch schon Hobbit, weißt du das? Warum? Ich hab... Ich setz ihn aus. Ja, weil der auch nicht aufgeladen ist. Was ist? Was ist schon wieder? Was gibt's? Was gibt's? Was gibt's? Warte, ich mach das erstmal aus. Stört dich? Ich wusste nicht, ich komme gleich aus mit dir. Hasni? Ja! Hasni, 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 mein Name, ja! Ja, ich muss mit dir reden. Was? Hat dein nur dummer Vogel. So, es hat etwas mit YouTube zu tun. Was ist mit YouTube? Und zwar, ich will mit YouTube aufhören. Wie? Ich will mit YouTube aufhören. Wieso? Alter Maul, Alter, wieso? Weil das macht mir viel zu viel Stress. Was ist Stress? Mit Schule, alles Mögliche. Ja und? Was ist denn mit YouTube? Weil die bleiben mich halt vor viel in der Schule und... Was machen die? Die verarschen mich in der Schule halt. Ja und? Und bald fängt wieder Schule an, das weißt du? Ja. Und... Ich muss halt vor viel lernen und dann habe ich keine Zeit für YouTube, weißt du? Trotzdem kannst du ja, am Wochenende hast du die Zeit. Heißt du, ich hab... Ich muss davon viel lernen. Ajo! 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 Ich weiß schon, wie lange das gebraucht hat, bis wir das alles aufgebaut haben. Ich weiß nie, was du meinst. Ja also. Uns kennt man auf diesem Kanal. Zu zweit. Ich weiß, dass wir uns voll viele Menschen auf der Welt kennen. Auf der Welt nicht. Ja, auf der Welt, in Deutschland. Und so. Ja. Trotzdem. Du kannst dich da einfach aufhören. Ja hast du... Nur weil ein paar Leute, die ich jetzt auch noch in der Schule... Nur weil ich... Das auch. Aber es hat auch... Aber es hat auch... Dann hast du das geschafft, was die wollten, du Spasti! Aufhören! Dann hast du das... Dann hast du das... Dann... Dann räum dich mal! Es hat nicht nur damit was zu tun. Was denn? Es hat auch mit den Pranks, die du an mich machst, zu tun. Warum, Alter? Weil die Pranks sind einfach viel zu brutal für mich, Alter. Ich weine fast jedes Mal. Was ich machen? Ich... Dann musst du halt stahlhart werden, Alter. Granit haben wir noch erräumen. Wie stahlhart? Ja, dann geh Beton fressen, dann bist du stahlhart, Alter. Also... Das ist nicht mehr witzig. Das ist so... Prank, Digga! Und Prank! Und... Wann weinst du? Und dann geht's dir wieder gut! Mama, dein Maul, Alter! Früher hast du bei PS4, als du immer verloren hast, geweint, Alter! Das ist... Normal! Ja, also... Da war ich schon! War ich schon mal! Ja, da war ich schon! Das war zwei Jahre her eigentlich. Da warst du nicht jung. Ja. Nein. War ich zwölf oder so? Zwölf oder so? Ja, zwölf war ich! Ja, also... Muss ich das Problem? Ja. Die Lehrer sagen auch nichts! Doch, die Lehrer sagen auch nichts! Doch, die Lehrer sagen auch nichts! Was denn? Die Lehrer sagen gar nichts, als ich mit denen geredet habe. Äh... Am Eltern-Sprechstack war das. Ja gut, ich hab mit den Lehrern geredet. Die hat gesagt, passt schon! Ja! Aber manche von den Pranks viel zu krass. Weißt du? Ja, und? Wegen was willst du zu aufstehen? Wegen den Pranks oder wegen der Schule und so weiter? Beides! Ich... Dein Beides! Wegen beiden bin ich aufwendet. Hast du nie? Ich mag es nicht, wenn mich 10, 20 mal am Tag jemand auf der Straße anspricht. Das mag ich aber nicht! Ich hab's dir gesagt, Algo, es kann passieren, wenn... Wenn wir hochkommen, dass... Es passieren kann, dass sich jemand auf der Straße erkennt. Das ist normal! Und? Was ist normal? Sagst du heim? Wie geht's? Blablablabla? Machst du ein Foto und gehst weiter. Ist doch schlimm! Ist doch schlimm! Ja, es ist schlimm! Was ist daran schlimm? Ich bin ein Kind, du bist schon... Erwachsen! Für dich ist es leichter! Was ist daran schlimm? Sag mir, warum? Sag mir! Was ist daran schlimm? Es nervt! Es nervt! Es nervt! Als ob dich jeden Tag jemand anspricht! Ja! Nein! Lieb mich! Und was ist manchmal, wenn ich ins Freibad gehe? Ja! Dann will jeder ein Foto mitmachen und ich hab keine Ruhe! Muss ich machen? Ja! Von mir aus kannst du weiter mit dich machen! Mit wem? Mit wem? Mit wem soll ich weitermachen? Mit Freunden! Also lässt du mich mit dich? Ja, sozusagen! Du kannst mit Freunden weitermachen! YouTube! Weißt du? Aber mit mir nicht! Mich brauchst du nicht mal in diese YouTube Sache einlöschen! Okay, passt! Dann löschst du dein Instagram! Das löschst du auch! Ja! Okay! Hab ich schon! Hast du schon! Ja, hast du schon! Aber hast du schon! Ich will noch, dass du meine Videos löscht! Überall was mit mir zu wollen hat! Nö! Nö! Doch, die löschst du! Doch, die löschst du! Ich hab keine Lust! Was soll ich den Leuten sagen? Den Leuten? Okay, passt! Dann stehst du dich hier hin! Hier sitzt du hier! Da stehst du die Kamera! Und dann redest du mit den Leuten! Und sagst, dass du aufwärmen willst! Mal schauen! Wie viele Leute dann enttäuscht sind! Mal schauen! Mach ich gerne! Machst du gerne! Es ist egal, ob wir traurig sind! Juck dich das! Und was wird traurig, Mann! Doch! Es ist wie lange es wird traurig! Alter, mach du mal zu YouTube! Wie oft soll ich dir das noch sagen? Uns kennt man zu zweit! Uns kennt man zu zweit! Dann hol einen anderen! Dann hol einen anderen dazu, Alter! Dann prankt er dich! Und du prankst ihn! Verstanden? Arjun, schau mal! Ich hab dir gesagt, wir haben diesen Kanal zusammen aufgebaut! Das weiß ich! Von Anfang an! Von Anfang an! Hast du nicht? Ich will einen noch! Ich rede! Ich rede, du Orozdo! Ich rede! Baba! Ja? Verschreib mich, Alter! Ich rede gerade! Hast du mich verstanden? Ja! Hast du mich verstanden? Wegen paar Spaste nicht die Hütung aufwärmen! Ich weiß es nicht wegen Pranks ist! Wegen was da? Wegen paar Spaste wie dumme Kinder! Das auch! Lüge nicht, Alter! Das auch! Nicht das auch! Nur das! Nur das! Nur das! Nicht wegen Schule, aber nicht wegen Pranks! Hast du nicht? Ich will eine normale Kindheit führen! Ich will nicht, dass mich schon als Kind so 300.000 Leute kennen! Hör zu! Wir haben diesen Kanal ausgebaut! Hast du schon gesagt! Es gibt so viele junge Leute, die Schule gehen und YouTube machen! Du bist nicht der einzige Junge! Die sind so fertig mit Schule! Bist du behindert? Bist du komplett verarschen? Nein! Ich verarsche dich nicht! Ich kenn welche die Schule gehen! Welche? Wer die Schule geht! Ja! Hey Moritz! Zum Beispiel! Junis! Zum Beispiel! Die YouTube machen! Es gibt so viele! Spast! Warum beleidigst du mich, Alter? Es ist doch... Hör mal zu! Hör mal zu! Es ist meine Entscheidung, was ich mache, okay? Du kannst mich nicht dazu zwingen, weiter mit YouTube zu machen! Ich kann dich nicht zwingen! Nein! Dann bist du die Schwester! Dann lässt du mich im Stich! Dann lässt du mich alleine! Das ganze... Na und Antrim! Wo den Freund? Du hast ja 55 viele Freunde! Trotzdem! Ich hab dir am Anfang gesagt! Nur wir beide! Das war abgemacht! Nein! Du hast mir die Hand draufgegeben! Dann bist du kein Mann! Nein! Dann bist du ein Pussy! Alter! Du hast mir die Hand draufgegeben! Du hast mir die Hand draufgegeben! Du hast mir die Hand draufgegeben! Du hast gesagt, Hasli! Wir ziehen das Ding durch, Alter! Habe ich nicht gesagt! Ich weiß euch! Du hast nie Mama gesagt! Ich war auf einmal! Du hast gesagt! Hasli! Wir ziehen das Ding durch! Du hast mir die Hand draufgegeben! Hasli! Ich und du machen das! Aber manche Dinge kommen halt ein! Ich wehre! Es passiert nichts mehr Gutes auf der Welt! Ja! Trotzdem! Ich kann keinen anderen herlegen! Warum nicht? Warum? Erklär ich dir! Will ich jetzt irgendjemanden fragen! Hör zu! Will ich jetzt irgendjemanden anrufen! Und sagen! Will ich den Titel mit mir machen! Die werden alle sagen ja! Aber warum würden die ja sagen? Also ich sagst du nichts! Warum würden die ja sagen? Sag was? Schau mal den Hirn ein! Warum würden die ja sagen? Denn! Weil ich schon alles aufgebaut habe! Aber wäre ich jetzt bei keine Ahnung wie viele Abonnenten! Oder sonst was! Würden die nicht machen! Deswegen! Du Schlaumeier! Ich schäme dein Leben! Ich schäme dein Leben! Es ist doch meine Entscheidung! Warte einfach nicht! Warte einfach nicht! Lass mich auf, Alter! Ich bist so dumm! Lässt mich auf, Alter! Lass mich auf, Alter! Lass mich auf, Alter! Was, Scheiß? Weißt du was? Du brauchst doch mal Köln nicht mitfahren! Und ich eh nicht! Kind! Digga! Die ganzen Leute kauften wegen dir ne Eintrittskarte! Dass die dich sehen! Und du! Was die Bestimmung aufhört! Wenn ähnliche Mist geboten wird, die nicht auspacken, Alter! Schuhe ist schwer! Schuhe ist schwer! Schuhe ist schwer! Kulatschule, Alter! Fick auf Schuhe am Augen! Schuhe ist gar nicht schwer! Wer hat das gesagt... Schuhe ist schwer! Natürlich ist Schule schwer! Und dann lüge ich! Schuhe ist schwer! Schuhe ist schwer! Schuhe ist schwer! Und ich hab auch schon nicht so perfekt abgeschlossen! Und mir geht's gut! Und? Mir geht's gut! Mir geht's gut! Ich hab eine Ausbildung! Ich hab alles gemacht! Ich aber nicht! Du gehst doch Hauptschule am Augen! Vollidiot, Alter! Du gehst nicht in eine besondere Schule, was schwer ist! Doch! Hauptschule ist mir eine reale Schule in Deutschland! Hauptschule ist in Österreich das gleiche wie in Deutschland eine reale Schule! Das ist gar nicht schwer! Du Vollidiot! Und du hast einen guten Notendurchschnitt! Du bist gut in der Schule! Also erzähl mir keine Scheiße! Du hast einfach noch keinen Bock auf die Kacke, Digga! Ich merk das! Weil du chillst nicht mehr auf Instagram! Du chillst nicht mehr auf Snapchat! Du postest gar nichts! Also hast du schon bemerkt? Ich hab schon langsam bemerkt! Ja, weil ich immer zu dir sagen muss... Antworten mal den Leuten, die fragen nicht mehr, warum du nicht antwortest! Warum postest du nichts auf Snapchat? Dies und das und bla bla bla! Warum machst du dann deine ganze Zeit Werbung für deinen Snapchat-Account, wenn du ewig postest? Du Vollhorn-Kalte! Ich hab gewartet bis ich Fame hatte! Was? Ich hab gewartet bis ich Fame hatte, dann haben mich die Leute Sachen geschenkt! Also... Also... Ich hab mich ausgenutzt! Was? Also in dem Sinne hab ich dich ausgenutzt! Was? Ich hab mich ausgenutzt in dem Sinne! Du bist ausgenutzt? Ja! Ah, Digga! Was? Bist du bitte mal um Sch... Warum schmeißt du Schuhe auf dich, Mann? Was? Für Ausnutzen! Ich hab dich ausgenutzt! Ich hab gewartet bis wir langsam Fame bekamen und der Auge den Schuh zu schließen! Mach die Decke weg! Mach meine Decke und Kissen weg! Was? Für Ausnutzen! Ich hab gewartet bis wir... Ah! Was? Für Ausnutzen! Oh, genau! Bist du behindert! Weißt du was? Du bist ne richtige Ratte! Wallah, ne? Du bist ne richtige Ratte! Weißt du was? Was? Du kannst gleich mit Adi-Hacken-Videos machen gehen, Alter! Du und er gleiches Gesicht, falsche Ratte! Du klinist sie! Es geht gut so, Mann! Ich mag die Vorschläge! Was? 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 Was machst du? Du bist auch noch frech zu mir, Alter! Weißt du was, Alter? Wie schlecht alle deine Videos, die du gemacht hast? Es geht gut so, Mann! Da kennt mich keiner mehr! Wie schlecht alle! Ich möchte dein Snapchat! Ich möchte dein Snapchat! Hab ich schon! Du hast ne scheiß Dreck aus dem... Hab ich schon! Jetzt nachgucken! Was? Ich guck mal! Ich guck mal! Wenn du mich anbügst, wirst du verfaust! Dann sag jetzt lieber die beiden! Ja! Sona! Was ist das? Was ist das? Oh Jesus! Was ist das? Ah! Ich lösch! Ich lösch! Wensch mit Seine, Alter! Ich lösch, Alter! Ich lösch! Du brauchst gar nicht mehr hin, eine Freude! Du bist jetzt durch den Misiek und die falsche Ratte! Komm hier, drängst du dich auf! Ich gehe hier raus, Alter! Wir feuchst dich schon! Das ist eh besser so. Wir feuchst dich... Du bist ein undankbarer Stück Scheiße, du hast deine Storze, bevor ich dich in deinen Arsch doch reinschiebe, Alter. Verpiss dich. Leute, er ist so ausgedrückt, Alter. Jetzt geh mit zu ihm. Jetzt schieh dein Leben am Blanix mich gleich. Geh mit zu ihm. Verpiss dich, Alter. Verpiss dich, Alter. Ich hab voll die Türen einfach. Ja, chill dein Leben. Warte, schrieb dein Leben. Ja, nicht, Alter. Ich bin mal daneben. Hast du nie? Hast du nie? Hast du nie? Hast du nie? Du hast du nie vergessen? Du hast du nie vergessen, Alter. Oh mein Gott, ich hab dich so aus der Garten, der Garten. Ich hab mich jetzt nicht genommen. Oh mein Gott. Hörst du jetzt? Musst du jetzt heulen? Musst du jetzt heulen? Hörst du? Hörst du? Da bist du mit der Kamera. Du bist ja schwierig. Mach dich zu dir. Komm, kam me da in der Ecke, Alter. Ich schweir, dass du mich prankst. Das hast du davon. Ich schweir. Ich liebe es. Ich schweir. Ich liebe es, die zu pranken. Ich bin da. Ja, okay. Okay, chill. Horst du? Verpiss dich. Und schweir. Join gehst du? ich bin ich so zu hat gekostet das ist jetzt hin ich gebe dir so eine faust dass dein kopf gegen die wand klatschen darf ich mitkommen warte auf mich was die türe zu leben halt da da geht leute heute wissen ich will mich noch mal noch vom balkon wie geht es dir aus dem geschenk ja dann nicht so leute das war es mit dem video hast du nie sagt man ehrlich weiter pränkei und das bekommst du zurück versuchte wenn er es schafft am sonntag was ich lasse ich einfach am sonntag stehen ich lasse ich am sonntag in köln stehen alleine mal schauen wie du heimkommst ohne geld ohne nichts da hast du kein instagram mehr dass du leute fragen kannst hilf mir oder so viel spaß leute ich habe zurück ich schock meine mutter das bekommt er zurück wo kommst du zurück aber sowas von ja genau also blabber weiter leute leute beim 10.000 likes kommt der nächste break an ihn raus du red nicht so leute jetzt grüßen wir noch mal die fünf leute die immer kommentieren hashtag blogger aktiv so leute grüße gehen raus an firat an elvin schulte an nora an matteo unterstrich elf marinelli an nico und an mena tai grüße gehen raus an euch habe kommentiert hashtag blogger aktiv und ja leute wie gesagt also wo sind wir am sonntag auf der ju in flur in köln also am sonntag auf der ju in flur in köln um 15.30 glaube ich geht das ganze los kommt vorbei ich sage euch hier die straße oder so auf jeden fall ich würde sagen bis zum nächsten mal